Hallo ihr Lieben, Rose Fröhlich, heute echter Patientenfall und zwar eine Empfangsdame, die an ihrem Empfang nicht essen darf. Hier war die Fragestellung sozusagen, was man alternativ machen kann, wenn Essen in dem Zeitintervall der Arbeit nicht sein darf, beziehungsweise sich nicht ergibt, zum Beispiel in Form von Kundenkontakt. Ich bin die Rose Fröhlich, eure Ernährungstante, bin von Beruf Diätassistentin mit Kassenzulassung, eigener Praxis, zurück zum Patientenfall. Also, die Patientin kam an, erklärte, dass sie im Beruf sozusagen als Empfang an einem Tresen eines Unternehmens zuständig ist, dort sehr viel Kundenkontakt hat und da dieser Kundenkontakt sehr häufig, wirklich über die 6, 7, 8 Stunden, manchmal auch 9, je nachdem wie das mit Überstunden ist, sie vor Ort ist und manchmal auch von diesem Tresen nicht mehr wegkommt oder es zu wenig Zeit gibt, sich hinzusetzen und in Ruhe zu essen, war die Frage, wie kann man hier zum Beispiel eine Mahlzeit einbauen, die eben nicht sozusagen mit dem Löffel geht oder die nicht sozusagen mit dem Hinsetzen, mit dem Messergabel und Ähnlichem ist. Sie sagte, das ist nicht immer, aber es gibt Tage, die können so sein und sie will da so ein bisschen vorbeugen und ja, war dann am überlegen, was sie da machen kann. Und zwar ist es so, am Arbeitsplatz gibt es ja die Möglichkeit, das haben wir sie bei ihr geguckt, wie es ist, dass sie auf jeden Fall trinken darf und da sagte sie, hat sie auch gar keine Probleme mit Kaffee, Tee, Wasser, das funktioniert alles wunderbar. Dann haben wir die Überlegung gehabt, auch hier vielleicht einen To-Go-Becher zu gucken, also einen Metallbecher, wo sie eine warme Mahlzeit und zwar in Form von Suppe reinmachen kann, da sie in dem Moment auch selber sagte, ja Suppen ist so total ihrs. Gerne auch so Cremesuppen, haben wir gesagt, Mensch, das passt doch super in diese To-Go-Becher, passt ja eben nicht nur immer der Kaffee rein, sondern passt auch wunderbar die Suppe rein. und sie sagte, ja, das ist gar kein Problem, die kann sie dann sozusagen warm halten ja da drin und zwischen den Kundenkontakten eventuell auch mal umkippen in Becher, das wäre also gar kein Problem. Da können sie sich morgens auch sozusagen Becher und das am Tresen zurechtstellen und wenn sie das kurz umkippt, weil sozusagen auch noch ein anderer Vorgang läuft, da sagt sie, das ist kein Problem. Nur vom Tresen weggehen ist in ihrem Falle, vor allen Dingen immer dann, wenn Berufskollegen nicht da sind, tatsächlich nicht möglich und das ist dann für einen längeren Zeitraum, dass das nicht funktioniert. Was auch immer gut geht, ist Gemüsesaft zum Beispiel, wer ihn mag. Also es gibt Gemüse-Tomatensaft zu kaufen, den man ja dann schon vorweg einfach in den Becher umfüllen kann. Da im Unternehmen es keine Probleme gibt, da am Tresen in dem unteren Bereich die Becher hinzustellen, ohne dass das gesehen wird von Kundenseite aus, hat sie jetzt dann überlegt, sie stellt sich ihren Kaffee dahin, wie immer, dann wollte sie den Tomaten-Gemüsesaft nehmen und dann nimmt sie noch die Struktur mit der Suppe. Das fand sie total klasse, vor allen Dingen gerade, wenn es um zum Beispiel die Mittagszeit ist oder wenn es in den Spätbereich geht, zum Abend hin zum Beispiel. Dann ist noch die Überlegung gewesen, vielleicht mal eine kleine Menge an Fruchtsaft. Da hat sie die Möglichkeit, dass sie ein extra Glas nutzen würde und tatsächlich hat man hinterher ein, zwei, drei, vier, sagte sie, dann drei, vier Gläser. Sie weiß aber, dass ihre Kollegin auch schon immer zwei Sachen da hatte. Die hatte nämlich schon immer Wasser, Kaffee und manchmal sogar als drittes noch einen Tee dazu, weil die gesagt haben, trinken müssen wir hier wenigstens, wenn das mit dem Essen schon nicht funktioniert. Und so kam auch die Fragestellung hoch. Ich habe mir ja ein bisschen was notiert. Manchmal muss ich ja auch ein bisschen gucken, was mir noch einfällt. Ja, also Flüssigkeit, solche Sachen gehen zum Beispiel. Man kann, wenn man sagt, das Obst und die Fruchtsäfte oder so ist nicht so ganz, wegen des Fruchtsugargehaltes, dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, ein bisschen Ursaft zu nehmen in eine Trinkflasche, wo man die reinmachen kann, also diese Sportflaschen oder ähnliches zu mitnehmen. Dann macht man einen Schuss Naturjoghurt mit rein oder Löffel Quark oder Frischkäse, ordentlich schütteln. Dann hat man sozusagen auch einen selbstgemachten, schnellen Eiweißshake, der zum Beispiel aus Orangensaft und dann mit Naturquark, Naturjoghurt oder zum Beispiel auch Frischkäse ist. Creme Fraiche würde auch gehen. Man kann natürlich auch alles miteinander mischen. Das wäre sozusagen nochmal eine schöne Eiweißvariante, die sehr schnell geht. Habe ich auch mal gemacht. Ursaft zack im Kühlschrank, rein in die Flasche und natürlich einen höheren Anteil immer an Eiweißquelle dazu. Ja, Leute, ich glaube, das sind schon mal jude Ideen. Probiert das aus für alle, probiert das aus für alle die von euch, die solche Problematiken hart haben. Also heute ist irgendwie mein Deutsch, weiß ich auch nicht so genau. Aber so ist das Leben, ja. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen könnt. Denkt dran, Plus weg, abonnieren, je nachdem auf welchen Kanälen ihr mich seht. Ja, ich freue mich über eure Kommentare und habt einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, eure Sandra. Badenisches Badenisches Vielen Dank.